Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Nummer 9226 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Bei meinen Wanderungen beobachte ich mit dem Fernglas Tiere im Wald. Bei meinen Wanderungen beobachte ich mit dem Fernglas Tiere im Wald. Heute bekomme ich Besuch von meinen Kindern. Es ist alles vorbereitet. Heute bekomme ich Besuch von meinen Kindern. Es ist alles vorbereitet. Heute bekomme ich Besuch von meinen Kindern. Es ist alles vorbereitet. Unser Leitungswasser wird regelmäßig kontrolliert. Du kannst es bedenkenlos trinken. Fahrradfahren ist nicht nur eine umweltfreundliche Art der Fortbewegung, sondern hält auch gesund. Fahrradfahren ist nicht nur eine umweltfreundliche Art der Fortbewegung, sondern hält auch gesund. Ein Geschenk kann auch ein Lächeln oder eine Umarmung sein. Ein Geschenk kann auch ein Lächeln oder eine Umarmung sein. Wer immer ein großes Glas Wasser griffbereit hat, trinkt automatisch mehr. Wer immer ein großes Glas Wasser griffbereit hat, trinkt automatisch mehr. Kfz-Mechaniker müssen über umfassende Kenntnisse der Fahrzeugtechnik verfügen. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. und gib uns bitte ein wenig Zeitig. Tschüss. gu. Bei der Leitungsstunden. aus dem Berg